Hallo und herzlich willkommen zurück hier aus Verbier am Fuss vom 3222 Meter hohen Bec de Ross. Und ich muss nicht viel mehr sagen als lernet euch weiterhin zurück, geniesset die spektakuläre Aufnahme von der Swatch Freeride World Tour 2012. Der letzte Event hier, wie gesagt, aus Verbier. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Ziehend zu jenen. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Ja, mehr. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020